Hallo, ich bin Frau Luchs und heute darf ich euch das wundervolle Label Schneiderei Konstantin vorstellen. Hinter der Schneiderei Konstantin steckt Beerte und die ist gelernte Modeschneiderin, macht das schon seit einigen Jahren und tatsächlich ist ihre Schneiderei auch schon ganz schön gewachsen. Sie hat nämlich zwei Mitarbeiterinnen und beschäftigt drei Auszubildende und es gibt bei ihr einfach von bis. Also sehr viel Swing-Style-Mode, aber auch ganz alltagstaugliche Rockabilly-Mode und 50er-Jahre-Style. Was ich besonders schön finde, ist, dass alles sehr gut kombinierbar ist. Wir haben ganz tolle Röcke da gefunden und Hosen und alles ist immer mit sehr aufwärtigen Oberteilen kombinierbar. Wie dieses hier zum Beispiel. Ich fühle mich total schön da drin. Es ist sehr, sehr angenehm auf der Haut und es ist wunderschön geschneidert. Es hat wirklich eine sehr, sehr gute Qualität und ganz im Ernst für Maßschneiderei, denn genau das macht Konstantin Mode, die schneiden gerne auf Maß für euch, ist das eigentlich ein Muss, dass es sich natürlich perfekt anfühlt, aber dass wir so eine gute Qualität haben, genau nach solchen Labels hat Frau Lux immer gesucht und wir freuen uns total, sie auf dem Marktplatz begrüßen zu dürfen. So, jetzt geht's los. Unter allen Teilnehmern, die dieses Video auf Facebook teilen, verlosen wir morgen dann diese Bluse. im Wert von, verdammt nochmal, 69 Euro und in einer atemberaubenden Qualität. Viel Glück!